Ist das ne scheiß Technik? Oh hey, was soll ich tun? Bereit? Was soll ich tun? Ja, jetzt geht's hier. Mit ihm, ich schau jetzt auf, dass du siehst, meine glücklich. Jetzt ist es nicht mehr so, du nimmst keine Rücksicht. Auch Gefühle, die mal da waren, weil wir immer noch sind. Keine ist mehr da, frag ich, was die Scheiße hier noch bringt. Ja, ich schau jetzt auf, dass du siehst, die blicke beim Gesicht. Ja, die Zeiten kamen und die Zeiten verändern dich. So schau mir ins Gesicht, du siehst, das zerstört mich, du kannst es nicht erwidern. Denn du weißt, Tränen lügen nicht. Unsinnig, ich schau jetzt auf, dass du siehst, meine glücklich. Wenn du sagst, was soll ich meinen? Frag jetzt, muss man klarkommen, wie auf jeden Fall.